Zaufuss Leute, so wieder ein bissel F1 im Test und zwar die Color Sprüher, Silvesterzauber, neues Leslie Feuerwerk, 10 Stück Inhalt für diese Dinger und was haben wir denn da stehen? Da haben wir den mit mit dem Daddy aus, in Bayern Nummer 1955. Und wir haben da AirCAD F1, NEC 8g, 10 Stück sind drin, da steht eh schon da 0,80 pro Stable. Warten wir mal das da auf. Eine riesen Schachtel für die 10 Stück da. Machen kannst du gar nichts. So, jetzt schauen wir jetzt mal die F1. Da gibt es ja mal noch, da können wir 1 frennen. Und 1 so mal. Und 1 so mal, da gibt es ja noch ein Decker. Und dann schauen wir mal die Löffel. So, was tun wir zuerst da rein. So, jetzt kommen wir gleich zusammen, oder? Passt, auf die Seite sind wir hier. Dann schauen wir mal, oder? So. 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 So, das Ding. So. 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 Und der letzte, war mir jetzt eh schon Blende, das ist jetzt schon heute. Ja, nicht übeln, nicht übeln, die kleinen Dinger. Kleine Kinder haben auf alle Fälle Gaudesicher mit dem Zeug. Aber das war es ja schon wieder gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und Servus!